heilung zur energiehygiene nach aufenthalten in massenbewusstsein in massen von niederem bewusstsein und niedere energie abgrenzung klärung aufrechterhaltung der eigenen stabilität reinigung und hygiene für den licht körper und das eigene bewusstsein die heilung wird unterstützt mit lollipop essenzen energie befreiung abnabelung von schlechten niederen energien falsche abhängigkeiten werden hiermit gekappt heilung mit der essenz garten eben für eine verbindung zum ursprung zur ursprungsidentität der wahrheit der liebe des glücks und des friedens und tiefer innerer ruhe und entspannung heilung mit der essenz tempel von atlantis für einen exakten augen schutz wo fremd energien fremd informationen nicht zugehörige informationen welche die eigene wahrheit belasten und trüben abgetrennt schutz für die aura schutz auch für die eigene wahrheit falsche informationen fehlinformationen fremd informationen die der eigenen energie und dem eigenen bewusstsein nicht dienlich sind werden hiermit gekappt dann zuletzt heilenergien der essenz orca negativität dunkelheit negative fremd energien negative fremd gedanken die geklärt abgelöst und befreit werden energieheilung für die hygiene des artischen feldes beendet mitteliet das mittel summer